so liebe leute ich habe mal kurz ein video gemacht über meine box meine akku box ja viele fragen sich natürlich wie sieht das gerät aus im internet wird es immer super präsentiert aber wie sieht sie live aus und da dachte ich mal ich mache kurz ein video damit ihr mal seht wie das gerät so aussieht ist natürlich jetzt nicht mehr das sauberste gerät aber dadurch seht ihr auch da ist das ding oft im einsatz haben hinten drauf sehen wir oben unseren slot für usb und sd karte darunter unsere volumen die lautstellen reglung echo mikrofon haben dann die möglichkeit noch mal zwei mikrofone anzuschließen oder andere externe geräte über cinch oder klinke nochmal zwei eingänge für mikrofone und darunter den bluetooth eingang bei volt versorgung extern über eine batterie zum beispiel anknopf und den lade vorgang zu starten hier und über die box für mehr details guckt einfach mal unten in der beschreibung rein